Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Europa bereitet sich auf eventuellen Blackout vor. Europa bereitet sich über Blackout-Pläne auf das Energiechaos vor. Vor allem Frankreich macht Sorgen. Schauen wir auf die Szenarien. Ein Bericht von Claudio Kummerfeld. Übersteht Europa die Energiekrise in diesem Winter? Die Gasspeicher jedenfalls füllen sich recht schnell. Und auch ohne Putins Gas über Nord Stream 1 steigen die Füllstände in Europa in den letzten Tagen und Wochen kontinuierlich weiter an. Aktuell 84,59% Füllstand laut Gas Infrastructure Europe. Und das liegt wohl auch daran, dass Industriebetriebe teilweise oder komplett ihre Produktion einstellen, weil die hohen Energiepreise die Produktion defizitär machen. Der Anstieg der Gasspeichermengen ist aber nur ein kleiner Trost. Vor allem die zahlreichen ausgefallenen Atomkraftwerke in Frankreich machen Sorgen. Denn das Land wird damit wohl auch in den nächsten Wochen Strom aus Deutschland importieren. Es mangelt an Energie in Europa. Wird der Winter kritisch werden und erleben wir ein Energiechaos? Blackout-Pläne werden vorbereitet. Schauen wir auf die aktuelle Lage und auf Planungen für den Ernstfall. Blackout-Pläne. Vorbereitungen für das Worst-Case-Szenario in der Energiekrise. Bloomberg beschreibt ein Szenario. Es ist Dezember in Europa und die Temperaturen sinken. Die Menschen lassen die Heizung laufen, kochen das Abendessen, lassen die Waschmaschine laufen, sehen fern. Doch in Frankreich gehen dem Netzbetreiber die Möglichkeiten aus, das Licht am Laufen zu halten. Der Stromversorger hat Alarmstufe rot ausgerufen, was bedeutet, dass die Vorräte am Limit sind. Er hat bereits einige industrielle Großverbraucher abgeschaltet und die Spannung gesenkt und sogar eine Massenaufforderung an die Haushalte verschickt, ihren Stromverbrauch zu drosseln. Viele kommen der Aufforderung nach, aber die Zeit drängt. Der Betreiber muss zu einem drastischen Schritt greifen und an einigen Stellen den Strom abschalten, um einen totalen Zusammenbruch des Systems zu verhindern. Das ist ein dramatisches Szenario im Kampf gegen einen Blackout, auf das sich die Regierungen in ganz Europa vorbereiten, da sich die Energieknappheit auf dem Kontinent von Woche zu Woche verschlimmert. Am Mittwoch erklärte das französische Ressort des Transports d'Electricité, dass es das Land in diesem Winter wahrscheinlich mehrmals auffordern muss, den Verbrauch zu drosseln, um Stromausfälle zu vermeiden. Auch Finnland hat seine Warnungen vor Stromausfällen verschärft. Die erhöhte Warnung folgt auf die Entscheidung Russlands, die Gaslieferungen durch die wichtige Nord Stream 1 Pipeline zu stoppen, was die Aussicht auf einen Mangel an Gas zum Heizen von Häusern und zur Stromerzeugung weiter erhöht. Wladimir Putin hat die Gaslieferungen nach Europa in diesem Jahr wiederholt reduziert, um sich laut Bloomberg für die Sanktionen zu revanchieren, die gegen sein Land nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängt worden sind. Die Realität ist, dass es in Europa nicht genug Gas gibt, sagt Ed Burkett, Leiter des Bereichs Energie und Klima bei Onward, einer in London ansässigen Denkfabrik. Wenn die Nachfrage nicht gesenkt wird, werden die Unternehmen vom Netz gehen müssen und im Extremfall können die Haushalte vom Netz gehen müssen. Es gibt laut Bloomberg zahlreiche aktuelle Präzedenzfälle für einen Blackout. Im Jahr 2021 fiel das texanische Stromnetz während eines Kälteeinbruchs aus, sodass Millionen Menschen tagelang ohne Strom waren. In Kalifornien kam es diesen Monat bei extremer Hitze beinahe zu einer solchen Situation. Auch in Südafrika sind Stromausfälle keine Seltenheit, was vor allem auf jahrelange Unterinvestitionen und vernachlässigte Wartung zurückzuführen ist. Sie werden in verschiedenen Gebieten zu bestimmten Zeiten geplant, wenn das staatliche Unternehmen Escom Holding SoC Limited nicht genügend Strom garantieren kann. Ein Strom-Blackout kann sehr störend sein, da er Geräte lahmlegt, das WLAN abschaltet und Verkehrssignale außer Kraft gesetzt sind. In Europa wird viel vom Wetter in den kommenden Monaten abhängen. Kleine Temperaturschwankungen können den Strombedarf radikal verändern. In Frankreich führt ein Temperaturabfall von 1 Grad Celsius laut Bloomberg normalerweise zu einem Anstieg des Strombedarfs um etwa 2400 Megawatt, was der Leistung von zwei der 56 französischen Kernreaktoren entspricht. Wenn wir einen wirklich extremen Winter haben, würde sich das auf unser Stromnetz genauso nachteilig auswirken wie in Texas, sagt Adam Bell, ein Berater, der früher die Energiestrategie im britischen Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie leitete. Alles, was die Menschen jetzt tun können, um ihre Nachfrage zu senken, wird der Sache insgesamt helfen. Die Europäische Kommission schlug gestern Maßnahmen vor, in der die Regierungen aufgefordert werden, den Stromverbrauch insgesamt um 10 Prozent zu senken, sowie eine obligatorische Senkung um 5 Prozent während der Spitzenlastzeiten vorzunehmen. Analysten der Goldman Sachs Group erklärten in einem Bericht, Je stärker der Gasverbrauch insbesondere im Sommer zurückgeht, desto unwahrscheinlicher werden Stromausfälle in Europa. Doch einige staatliche Hilfsmaßnahmen könnten das Problem noch verschärfen. Preis-Obergrenzen, die Verbrauchern und Unternehmen helfen sollen, mit den steigenden Preisen fertig zu werden, verringern die Anreize für einen geringeren Verbrauch. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle. Frankreich, traditionell Europas größter Stromexporteur, muss in diesem Winter möglicherweise große Mengen Strom importieren, da die Elektricité de France mit der geringeren Zuverlässigkeit ihrer alternden Kernkraftwerke zu kämpfen hat. Ein trockener Sommer hat die Wasserkraft in ganz Europa beeinträchtigt, auch in Norwegen, das traditionell ebenfalls ein großer Exporteur ist. Wenn die Krise eskaliert, ist die Unterbrechung der Stromzufuhr zu den Haushalten, der Blackout, laut Bloomberg der letzte Ausweg. Und es gibt eine Reihe von Optionen, die die Behörden als erstes ergreifen werden. Die einfachsten haben bereits begonnen. Die Regierungen haben empfohlen, die Thermostate herunterzudrehen und kürzer zu duschen. Und sie reduzieren ihren eigenen Verbrauch, indem sie die Temperaturen in öffentlichen Schwimmbädern senken und die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude nachts abschalten. Der nächste Schritt ist in der Regel, dass große energieintensive Unternehmen, von denen viele bereits im Voraus Vereinbarungen mit den Regierungen getroffen haben, ihren Verbrauch reduzieren oder den Betrieb einstellen. Danach werden die Entscheidungen noch unangenehmer. Im Falle Frankreichs ermöglicht das EcoWatt-System den Bürgern, die Prognosen für das Stromangebot und die Stromnachfrage für die kommenden Tage zu verfolgen. Und zwar in drei Stufen, grün, orange und rot. Erwartet der Netzbetreiber, dass die Situation kritisch wird, gibt er am Vorabend eine Warnung aus. In seltenen Fällen, in denen nicht der gesamte Strombedarf gedeckt werden kann, können lokale, kontrollierte Stromausfälle von maximal zwei Stunden Dauer organisiert werden, heißt es auf der EcoWatt-Website. Geplante Stromausfälle sind zwar schlecht, aber immer noch besser als unkontrollierte Stromausfälle, da die Versorgung immer wieder belastet wird. Sie ermöglichen es den Betreibern, Ausfälle zu begrenzen, anstatt in eine chaotische Situation zu geraten, in der es Tage dauert, bis alles wieder funktioniert. In anderen Ländern gibt es ähnliche Verfahren. Wenn der Notfallplan in Großbritannien ausgelöst wird, würden zunächst die Haushalte und die Industrie aufgefordert, Energie zu sparen. Der nächste Schritt wäre, dass große energieintensive Unternehmen ihren Betrieb einstellen. Jüngste Erkenntnisse aus Kalifornien über einen Blackout zeigen, dass solche Maßnahmen funktionieren. Am 6. September rief die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates die höchste Stufe des Netznotstandes aus und verschickte eine SMS-Warnung. Schalten Sie den Strom ab und reduzieren Sie ihn, wenn es Ihr Gesundheitszustand erlaubt, jetzt und bis 21 Uhr. Innerhalb weniger Minuten ging der Stromverbrauch zurück. Der Notstand wurde später aufgehoben, ohne dass es zu Stromausfällen kam. Frankreich hat seine eigenen Schätzungen veröffentlicht, um die Befolgung solcher Forderungen zu fördern. Wenn jeder Haushalt eine Glühbirne ausschalten würde, könnten 600 Megawatt eingespart werden, was dem Verbrauch von 600.000 Einwohnern entspricht. Insgesamt scheint die Botschaft, die Nachfrage in ganz Europa zu senken, noch nicht angekommen zu sein, so Simone Talia-Pietra, Mitarbeiterin der Brüsseler Denkfabrik Brügel. Gehen Sie einfach durch unsere Städte. Sie sehen immer noch Supermärkte, die nachts geschlossen und beleuchtet sind. Wir sind einfach noch nicht so weit. Finanzmarktwelt.de – Ihr Auge im Zentrum der Finanzen